So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Together League of Legends. Hallo. Ja, wieder mit Lukas. Wir spielen in einem Rank-Game Botlane, weil wir beide als zweites Phil angegeben haben. Ich spiele... In Fairness halber. Ja, genau. Weil einer muss ja Support spielen. Toll, bin ich jetzt ADC Stadtmitte. Egal, also ADC ist, glaube ich, meine mit Abstand schlechteste Rolle, aber was können wir machen? Ich carry dich mit Tarek, ist gar kein Ding. Absolut, ich wollte gerade darauf hinweisen, dass du Tarek spielst, aber... Ja, hört schon. Ich hab das jetzt irgendwie in letzter Zeit irgendwie sechsmal gespielt oder so und ich hab ein schlechtes Game dabei gehabt. Und selbst das war nur schlecht, weil der Rest halt einfach vollkommen gefeadet hat. Aber guck dir das Gegnerteam an. Riven, Echo, Vayne und Yasuo. Und auch Nami ist nicht gerade toll. Gut, wir haben Garen und Shyvana. Und Swain kann gut sein, muss es auch nicht. Ja, wir haben Swain. Also, ist auch stark. Ich überlege gerade, gibt es bei dem Yasuo Sinn, dass der Fervor hat? Ich meine, Yasuo ist ja eher ein... Was zu machen? Ich meine, es ist doch eher ein ADCaster als einer, der viele Outdoor-Attacks auf ein Ziel setzt, oder? Äh, was? Ich meine... Ich meine... Das ist ein ganzer schöner Crit. Auch wieder wahr. Oder Content-Fähigkeiten-Crit, ich weiß nicht mehr. Oh, ich hab das Gefühl... Die Spiellautstärke ist ein bisschen... Da gibt es ja auch ein Tag-Speed mit dem... Wie... Ja... Ach, Static-Shift und so, also... Jo... Er macht schon viele Outdoor-Tacks. So... Ich war eher als erstes, ähm... Randoins. Ich denke mal, ich werde auch zumindest den Armorteil schon mal bilden. Randoins? Ja. Randoins. Hallo, Leak of Crit. Stimmt. Ähm... Ja, ja, wie heißt das? Wardens Mail als erstes. Und wenn ich das hab, dann werde ich mal... Randoins ausbilden. Also, Sidestore natürlich als erstes, aber... Ja. Aber du wirst ein starkes Armor-Item Russian, willst du sagen. Ja, sicher. Randoins wegen... Wobei... Sind... Die Gegner sind jetzt nicht so Crit... Ja, doch, Yasuo ist Crit-lastig, klar. Darf doch nicht vergessen, danach auch Magic-Resistant zu werden. Der Echo nutzen. Aber es passt schon. Ja, ganz normal eigentlich. Minions haben gespandt. Ich bringe Schäuze zur Nacht! Die will nicht echt in wehen. Nee, die hat uns ja zurückgepingt. Bitch. Nie gehe hin. Du bist so kreativ. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Sag den Grump. Hey, grüß! Grump. Was ist denn mit dem Vieh passiert? Es ist geschmolzen. Ich habe da jetzt letztens was witziges gesehen, wegen... Es gibt hier Social... Äh, Quatsch. Es gibt hier Special Interactions von manchen Champions mit Items oder anderen Champions. Ja. Und auch Reion's Soul hat ein paar sehr lustige. Unter anderem hat er tatsächlich... Er hat sehr viele zu Items natürlich. So zum Beispiel... Äh, zu Rabadon's Deathcap. Äh, hat is always fashionable. Und... Und... Dann hat der aber auch eine zu, äh... Orb of Winter. Und da hieß es dann halt, äh... A Snow Globe. Perfect for my collection. Äh, to destroy you. Destroy you. Wieso fehlt dir eigentlich Nami? Das ist eine gute Frage. Dein bisschen trivial... Trivial Wissen. Schade. Sag doch Bescheid, bevor du reingehst. Ich will dir nur ein bisschen rumhämmern. Alles gut. Ja, aber ich kann dir ja dann die W reindonnern und das ist ja auch nochmal nett. Ja, guck halt hin, was ich mach. Wir haben halt echt keine Silly auf der Bot. Ah, da ist Nami. Ja, ist bloß, dass die jetzt wieder betreift, aber... Oh, Nami, einfach mal töten. Die stirbt so schnell. Pup. Ich darf nicht so viel spammen. Einfach kein Mana. Über ein Last City, grad ganz okay. Ich warde mal. Ja. Naja, Garen ist gegen... gegen Riven, glaub ich, ganz cool. Hoffen wir einfach weiter für Raven. Wir dürfen nicht... Wir dürfen nicht so weit nach vorne pushen. Da. Push bitte nicht so viel. Okay, ich nehm mal meine AOE-Attacks. In dem Fall wollte ich einfach die Zusatzreichweite ausnutzen. Ah, Dreck jetzt, dass Vieh ne Millisekunde zu früh gestorben. Boop. Good, good, good. War gut. Oh. Droff, 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 droff. Hab ich nein, hab ich nein. Ich verziehe mich. Huh. Wobei jetzt... Was machst du noch? Das mach ich. Alles easy. Ah, Rix-Tronk. Hau mal den Minion. Ja, bin ja dabei. Ich weiß gar nicht, was ich baut. Die Lane jetzt auspuschen. Geh mal weg. Würde ich vorschlagen. Ich überlege gerade, was man auf Jinx jetzt eigentlich zuerst baut in der Season. Hast du einen BF-Sort eigentlich? Ne, ne. Ja, doch. Ich habe 1400. Echt? Krass. Ah, hier würde ich auch empfohlen. Weil ich halt gerade die Kills bekomme. Ich sehe gerade, als Crit-Item wird Runans Hurricane empfohlen und Infinity Age immer noch als erstes. Bin ich d'accord mit. Ach, verdammt, ne. Aber Tarek Support direkt zwei Kills abgeräumt. Der ist halt stark einfach. Ja. Da gibt es halt nichts zu merken. Das habe ich auch gestern erst wieder festgestellt. Aber ich merke das jedes Mal, wenn ich den spiele. Okay, Swain geht drauf. Du hast, hast du beides bekommen? Ja, okay. Ja. Bisschen bitter, aber. Okay. Loil, genau reingesprungen. Hey, hey, hey. Gut. Oh man, ADC-Spielen bei mir ist immer ne Katastrophe. Ich glaub, man sieht dich. Hey, komisch. Meinst du, das liegt an dem War? Hey, hey, hey. Hier. Gekloppt. So, ich hab Ult. Ich auch. Was war deine Ult nochmals, Tarik? Karten. Hämmer einem auf den Boden, mach AOE-Damage und ich krieg AD und AP dazu. Und du kriegst noch mal die Hälfte von meinen Bonus. Was? En-bo-nie. Weißt du, du kriegst auch ein paar AP. Oh ja, ich glaub ich hab... Ah ne, der ist drin, okay. Na gut. Oh ja, aber du sitzt daneben. Ups. Ich hab nicht so viel angeheifen wie Minion. Soll ich nicht so weit vorne spielen. Ich werde das trotzdem an. Soll ich. Watch out, okay. Das ist nur in Englisch. Det ist so galt. Ah, ich seh das schon, äh, das wird mal wieder... Mach du nur, mach du nur weiter da deine Minutes. Mach ich doch. So, was haben wir jetzt? Oh, wir haben den Herald. Gut. Komm mal auf die Dingser auf. Warum? Damit die nicht weg kann, dann hat die einfach Zeit verschwendet. Ja klar, aber was soll ich... Ja, die steht dann halt einfach da rum, in der Zeit macht die da nichts und... Ne? Muss halt nochmal warten, bis die dann tatsächlich zurück kann. Ich glaub fast hier können die... Okay. Ich überlege gerade, wie ich Pauke hätte ich wahrscheinlich... Okay, 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 okay. Achso, 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 achso. Boah, ich laufe natürlich auch mitten rein. Bist du? Hey, wie habe ich denn jetzt die Vayne schon wieder getötet? Hast du meinen Ignite verschaffen? Ja, dein Ignite. Geil. Ich dachte, der von dir käme nochmal noch. Ich stelle hier kurz den Pink hin. Oh! So, bolladi weg. Okay, wir haben eh nicht viel Zeit für den Jarod, glaube ich, aber... Oh, fuck. Ja, ich habe jetzt definitiv... Gehen wir zum Drake. Ja, genau. Ich habe eh, glaube ich, genug... Ja, ich habe genug für meine Infinity Edge. Alter, jetzt schon. Krab. Haha, ich stehe etwas rein. Richtige Killverteilung auf der Bot. 101. Untaker Kill. Let's go. Oh Gott. Ich hau mal meine Rocket rein, auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt. So, ich habe jetzt mal eben 3000 Gold. Ich gehe mal zurück, hole mir meine Infinity Edge und meine Schuhe. Ich sehe schon, ihr braucht mich einfach gar nicht. Bin's einfach, ey. Das ist so krass. Ich nehme auch einfach gerade gar keine Rücksicht, ob irgendjemand die Killverteilung bekommen kann. Holst du dir übrigens, wenn du backgehst, eine Sweepinglands? Das könnte ich tun, Tom. Das könnte ich durch... Weil du es bist. Es läuft überraschend erfolgreich. Und das, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich tue. Ne, aber weißt du was? Was? Ich habe Ahnung, was ich tue. Ich spiele Tarik und Tarik ist OP. Ach. Na egal. Relic Shield. Kann man bis zum Ende nehmen. Geht schon. Hauptsache, ich habe noch einen Randuin. Kannst du in die Mitte ulten, kannst du in die Mitte ulten. Habe ich gerade nicht. Jetzt. Aber jetzt ist es zu spät. Doch mach. Habe ich mich getroffen? Nein! Ah, schade. Hätte ich nicht von mir pressern lassen sollen. Hallo, Vayne! Wäre interessant, dass ich hier gerade bei uns für die Vision sorge. Hier ist auch kein Ward draußen. Was hat die denn? Ach, das war nochmal die Heilung von der Dings, oder? Ja. Oder hat die gehealt? Hab ich nicht gesehen. Nein. Oh, ist alles easy. Greifen die gleich, wenn die Minions da sind, kommt ihr da. Oh Gott, du Tag! Habe ich auch gemerkt, du hast einfach nicht angegriffen. Hä? Hä? Ich bin doch auf die drauf geflasht. Aber ich war dann wahrscheinlich schon am Turret vorbei. Hast du was dafür bekommen eigentlich? Ja, ein Assist. Ja, oder? Eko? Ich will gerade sagen, lass das machen. Wir müssen das bitte lassen Eco. wir müssen ja mal den tower kriegen ich wollte gerade gerade callen, aber holt, 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 echo bei dir lauf, 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 lauf was meinst du, was ich tue? Mist, oh kacke so kam auf einmal die Riven her ja, war kacke Rain hat einen bekommen weiß ich nicht hat zwei bekommen oh, das war kacke absolut ich sag nicht, dass die uns schon den tower plättet er hätte mir nicht so greedy sein dürfen aber es war mein Fehler ja, ich hätte auch was besseres machen können ja gut, aber ich hab halt Druck gemacht weiter zu gehen also ich bin halt einfach weiter rein gegangen aber die Vayne hat jetzt hat halb so viele kill beteiligungen, wie ich kills habe aber, ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass du an deine kills kommt auf achten auf achten so, das war stark von mir das war den tower, dann geh ich eben zum jack ja, ich schredder ich hab die die hälfte der kills unseres teams gut echo ist hier oh gott, die kommen weiter zu dir gerade wenn ich seh's schon oh oh was machst du da alleine ich bin nicht alleine ah nee, du bist nicht alleine du hast shivana bei dir bist du da, bist du da ich hab einfach mal geultet ich wusste nicht, wie viel Schaden noch passiert ich steh viel zu weit weg ach du heilige da trappt er einfach da drin ok ok oh nein oh die ult ah oh hier waren zu Feeden, ey ist ja nicht möglich ah, der Swain ist nicht sehr gut, irgendwie fack, ich hätte noch die Relics active machen müssen oh oh ich sterbe nicht boah, klar natürlich ist der Blitzenprojektil ja du schießt es ja irgendwie schon aus ner Waffe also den macht unseren Tower ja ja, da können wir sie auch nicht mehr dran hindern ne okay aber manchmal machst du komische Engages habe ich das Gefühl bei denen ich eigentlich nicht folgen kann ja ja ich ähm ich ich call halt nix das ist halt der Fehler den ich dabei mache ich habe ja jetzt auch keinen Gap Closer oder so ich kann auch nur hinlaufen ja aber du musst ja schon sehen wo auch ich stehe und sowas naja ja deswegen sage ich, der Fehler ist, dass ich nicht dass ich nicht calle wenn ich sagen würde, okay ich gehe jetzt rein dann würde es dann einfach hinlaufen, dann wäre es ja gut oh ist doch nicht wahr oh Gott fuck 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 das hat allen ernstes geklappt was wie haben wir das bitte gewonnen, ne das war so over eigentlich aber der Geralt ist fett aber der Geralt ist fett vielleicht hat auch 5 Kills ja ja gut wir holen uns halt jetzt die Turrets und der Sway steht halt nicht gut und Rückzug alles klar ja gepeelt wird in der Ilo echt nicht bitte gepeelt wird in unserer Ilo echt nicht so ich brauche dazu jetzt endlich ja ok was soll ich denn machen ich bin halt in die Backline reingelaufen bin halt auf Echo drauf und Wayne war da naja so ist es halt nach vorne an mir vorbei ich kann mich ja nicht um alle kümmern das stimmt naja jetzt habe ich halt ein Runans für den Crit und so oh Magic Damage äh Magic Resist fertig zu lösen ich habe immer noch die meisten Kills ok Echo war hier also ist hier irgendwo in der Gegend ich weiß nicht wieso ich doch gar nicht gewordelt habe Echo hier Echo hier ich wollte gerade sagen bist du nicht ein bisschen weit vorne hä ich sterbe ja nicht auf der Stelle mach schon raus alles gut Echo ist hier immer noch oder wieder oder wie auch immer oh mein Gott ich bin auf der Fall völlig falsche Seite einfach wie sehr ich da nichts für gekriegt habe ich habe noch eine Heal drauf gekriegt auf die Shyvana sonst hätte ich da nichts für gekriegt die sind immer das easy easy meinst du wir können das enden ja wir können das beenden ich glaube schon ja ja obwohl ja ne nicht jetzt ach so die haben aufgegeben und das ist ja mal ja war aber klar So werte Zuschauer, hier habt ihr gesehen, wie man sich als ADC von einem Support carryen lässt. Von einem Tariq-Support. Ja, vor allem das. Und ja. Du musst halt als Support einfach nur Killsteal, dann sieht es halt so aus, als hätte sie gecarried. Absolut, genau. Ja gut, das war mal eine etwas eigenartige Runde, aber so kann es auch manchmal gehen. War die eigenartig. Hast du noch was zu sagen? War die eigenartig. Naja, ich meine, ich habe mich eigentlich als relativ scheiße empfunden, diese Runde. Nö, geht. Du hast halt einfach keine Kills gekriegt, weil die halt immer irgendjemand anderes abgekriegt hat, aber... Ja, passiert. Du kannst keine Namen nennen. Ja, KS-Tarik. Ich muss mal überlegen, wie ich diese Folge nenne. KS-Terror-Tarik oder sowas. Des Todes. Mit Klingen, nee. Nee, mit Hammer. Mit Hammer, genau. Na, egal. Mal schauen, wie ich die Folge jetzt nicht nenne. An die werten Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Cheerio. Tschüss.